Wir vertrauen unseren Rechnern und Smartphones eine große Menge an geheimen und vertraulichen Daten an. Damit diese gut geschützt sind, werden unter anderem Trusted Execution Environments, TEs, eingesetzt. Das sind besonders abgesicherte Einheiten auf den Hauptprozessoren von Rechnern oder Smartphones. Eine bekannte Lösung für TEs ist Intels Software Guard Extensions, kurz SGX. In den sogenannten Hardware-Enklaven, das sind Speicherbereiche in den TEs, können ausgewählte Inhalte mithilfe von hardwarebasierter Verschlüsselung vom Rest des Systems abgeschirmt werden. Wird ein Gerät kompromittiert, also ist ein Angriff erfolgreich, bietet dieser Bereich den Anwendungen, die dort laufen, trotzdem Schutz. Daher sind TEs auch ein attraktives Ziel für Angreifer, Forscher des Sonderforschungsbereichs CROSSING fanden in einer ihrer Arbeiten zu TEs jedoch Schwachstellen in den Enklaven von Fingerabdrucklesern in Laptops bekannter Hersteller wie Lenovo, Dell und HP. Sie wurden auf das Problem aufmerksam gemacht und haben die Sicherheitslücken bereits geschlossen. Doch wie können solche Sicherheitslücken nicht nur in Einzelfällen, sondern flächendeckend und effizient gefunden werden? Bisher gab es keine Möglichkeit die Enklaven automatisiert auf Schwachstellen zu testen. Daher haben unsere Forscher T-REX entwickelt. T-REX nutzt symbolische Ausführungen, um zu überprüfen, wie Eingabedaten den Programmfluss einer Enklave beeinflussen und damit potenziell vom Angreifer für unautorisierte Operationen ausgenutzt werden können. Analysen mit T-REX haben ergeben, dass viele Enklaven Programmierfehler aufweisen. Diese könnten es einem Angreifer zum Beispiel ermöglichen, willkürliche Operationen im Speicher durchzuführen oder sogar vollständige Kontrolle über die Enklave zu gewinnen. Mit T-REX können Entwicklerinnen und Entwickler ihre Enklave nun analysieren und erhalten einen ausführlichen Schwachstellenreport. Darin stehen Informationen über die Anzahl der Schwachstellen und die betroffenen Codeabschnitte, sodass die Probleme entsprechend behoben werden können. Da der Einsatz von TEEs immer stärker in den Fokus der Industrie rückt, ist es umso wichtiger, Vertrauen in diese Technologie zu schaffen. Denn jede TEE steht und fällt mit der Sicherheit der Software, welche in der TEE eingesetzt wird. Dank der Forschung zu Trusted Execution Environments können Schwachstellen entdeckt und behoben werden, bevor sie der Öffentlichkeit und damit auch potenziellen Angreifern bekannt werden. Daran arbeiten die Forscherinnen und Forscher der TU Darmstadt und der Universität Duisburg-Essen im Sonderforschungsbereich Crossing.